Hallo zusammen, das ist der Pascal Scherhag, alias Peg Scherer. Ich bin 22 Jahre alt und komme von Wetzigen in Zürich. Wieso ich mich bei dieser Challenge beworben habe und sogar ich sollte gewinnen sein, ist ganz einfach. Denn ich bringe eure Tanzfläche zum Brennen. Also, wolltet für mich da unten auf den Button klicken und tut euch selber überzeugen. Bis bald, tschüss zusammen! Bis bald, tschüss.